Was macht es so schwierig? Na sicher, soll ich sagen. Es ist der letzte Umzug, da braucht man sich keine Illusionen machen. Weil es sind wirklich viele Leute, die sich nicht wohlfühlen, nachher, weil sie es nicht selber entschieden haben. Ich finde es eigentlich schon ganz früh genug, bevor sie die Mensch werden. Würde ist ein vielstrapaziertes Wort, wenn es ums Altern geht. Aber was heißt Würde bei so viel Hilflosigkeit und wie erleben Bewohner, Pfleger und Angehörige das Leben im Altenheim? Die halbstündige Doku begleitet vier alte Menschen über ein Jahr lang in ihrem Heimalltag in Klausen und Brixen. An下�� der Steven Zeitung. An der Steven Zeitung. Dicen zu ver Zeiten. An der Steven Zeitung. An der Mannheim. Entspannend ist die Migration. Neigen Sie in der Spaniere sind eine Art von Angehörigen. Und dann an den Zeitung. Das ist eine Art von Angehörigen. 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 Vielen Dank.